Hallo, ich bin es, der weihnachtliche Adventstintenfisch mit dem fünften Türchen am Kalender mit den besonders tallen und geeigneten Geschenken. Ja, und heute kommt der Eierwärmer Red Nose Egg. Eierwärmer heißt in diesem Fall nicht etwa, dass ihr eine Unterhose verschenkt oder so. Ich glaube, Unterhosen gehören so zu den eher unbeliebten Weihnachtsgeschenken. Nein, es handelt sich hier um einen Eierwärmer für Hühnereier. In diesem Fall kommt er in Gestalt eines eigentlichen plötigen Rentiers. Sieht allerdings ein wenig aus wie ein schockierter Clown, den man irgendwie die Äste rechts und links in den Schädel gerammt hat. Tja, der Blick von dem Viech ist besonders schön, denn man sieht ihm eindeutig an, dass er irgendwie etwas schockiert ist darüber, dass man ihm irgendwie dieses Ei in den Hintern stopfte. Tja, armes Ding, aber wenn das schon immer euer Wunsch war oder ihr dachtet euren Liebsten und freuen sich bestimmt ganz besonders über diese rektal gereizten Rotwildrecken, dann kauft ihr doch einfach den Eierwärmer Red Nose Egg. Ich persönlich verbleibe für heute mit einem fröhlichen Hallo. Hallo.